Du hast bereits mit Garmin Basecamp eine erste einfache Route von A nach B geplant. Vor dir liegt nun der nächste Schritt. Du veränderst den von Basecamp berechneten Streckenverlauf nach deinen Wünschen. Ich zeige dir, wie du mit wenigen Klicks weitere Punkte deiner Wahl hinzufügst, bis der Streckenverlauf deinen Vorstellungen entspricht. Außerdem zeige ich dir noch, wie du Punkte verschiebst oder wieder löschst. Hallo, ich bin Thomas und in meinem Kanal gebe ich dir Einblick in die Welt der digitalen Navigation, nützliche Apps und Geräte. Das Wissen über ihre Anwendung und Bedienung ist das, was ich dir hier frei Haus liefere. Abonniere doch am besten meinen Kanal, das geht ganz schnell rechts unter dem Video und aktiviere die Glocke, damit du kein Video mehr von mir verpasst. Willkommen bei Garmin Basecamp, der kostenlosen Software zur Routenplanung und Verwaltung. Heute will ich mit dir deine bereits erstellte Route aus dem ersten Tutorial bearbeiten. Wenn du diese Folge verpasst hast, dann schau doch gleich oben rechts, dort kannst du das gleich nachholen. Falls du deine Karte zum Arbeiten von einem Gerät oder von einem anderen Speichermedium beziehst, so schließe das Medium jetzt an, um die Karte zur Planung nutzen zu können. Das ein oder andere Werkzeug habe ich dir bereits im ersten Video vorgestellt. Gehe zu der Liste, in der deine geplante Tour liegt. Bei mir ist das die Liste Tutorial 1 im Ordner Demo Tutorials. Ich nehme die Fahrradtour vom letzten Tutorial, um diese zu editieren. Um den Verlust der Route zu verhindern, dupliziere ich diese. Das machst du, indem du hier einfach mal rechts draufklickst und dann gehst du auf Duplizieren. Dann benenne ich die Tour noch um, in Editiert, damit ich das voneinander unterscheiden kann. Dann doppelklicke ich auf die Tour, lasse mir hier das Infofenster zur Tour anzeigen und werde diese dann mal blau einfärben, damit sich die beiden Touren farblich voneinander unterscheiden. Wozu wir das nutzen, das erkläre ich dir später noch. Jetzt verschiebst du die Route noch zur besseren Übersicht in eine neue Liste. Klicke dazu mit rechts auf den Ordner, gehe auf Neue Liste. Ich nenne die Liste dann jetzt Tutorial 2. Dann wechselst du wieder zurück in die Liste 1. Wähle jetzt dann deine neue Kopie mit rechts an, gehst auf Senden an und kannst sie jetzt hier an das Tutorial 2 senden oder alternativ dazu die Route nehmen, links gedrückt halten und per Drag & Drop in die zweite Liste verschieben. Entferne dann aus dem Ordner 1 die Kopie. Wechsle in die neue Liste und markiere deine Tour, damit wir mit der Umplanung beginnen können. Aktiviere nun das Werkzeug Einfügen, das ist dieses hier mit dem Plus. Meine Tour führt leider nicht direkt am Elbe-Radweg entlang, deshalb möchte ich etwas daran ändern um den Routenverlauf etwas näher an die Elbe zu legen. Fahre dazu mit dem Werkzeug über den Routenverlauf. Klicke dann auf die Route. Jetzt heften sich zwei Striche an deinen Cursor. Jeder Strich führt zum nächsten Punkt auf der Route. Da du noch keine weiteren angelegt hast, sind das Anfang und Ende der Route. Fahre nun mit dem Cursor zum Ort deiner Wahl, um dort einen neuen Routenpunkt zu setzen. Die Karte kannst du mit diesem Werkzeug nicht bewegen. Nutze zum Zoomen das Mausrad und zum Verschieben der Karte die Pfeiltasten. Ich suche mir dann jetzt hier den Punkt, wo ich hin möchte und klicke dann mit links auf die Karte. Garmin Basecamp setzt jetzt einen neuen Routenpunkt und berechnet die Route sofort neu. Um das hinzufügen, Werkzeug loszuwerden, klicke einfach entweder auf Escape auf deiner Tastatur oder klicke mit der rechten Maustaste. Um die Karte dann wieder verschieben zu können, aktivierst du hier oben wieder das Verschiebenwerkzeug und jetzt bist du wieder in der Lage, hier auf der Karte hin und her zu springen. Ich möchte noch zwei weitere Anpassungen der Route vornehmen und setze deshalb zwei weitere Punkte. Klicke dazu dann zwischen diesem neuen Punkt und dem Ziel auf die Route und kann dann hier dazwischen einen neuen Punkt setzen. So, jetzt möchte ich hier noch ein bisschen die Route anpassen und siehe da, Garmin Basecamp rechnet sofort um. Und hier möchte ich gerne wieder auf den Elbe-Radweg zurückkehren und klicke dazu hier auf diesen Abschnitt. Dann wieder mit Escape, beenden oder rechtsklick und gehe wieder auf das Verschiebenwerkzeug. Fassen wir noch einmal das Gelernte dieses Kapitels zusammen. Mit Einfügen klickst du zwischen zwei Punkte auf der Route und kannst zwischen diesen einen neuen Routenpunkt einfügen. Die Striche zeigen dir den ausgewählten Abschnitt der Route. Was kannst du jetzt tun, wenn du mit deinem Ergebnis nicht zufrieden bist? Direkt während du Punkte hinzufügst, kannst du jeden Schritt über den Rückgängig-Button zurücksetzen. Den findest du hier oben. Und jetzt siehst du, wie sich hier meine Tour verändert hat. Ich gehe noch einen Schritt weiter, nehme auch diesen Punkt weg, kann das aber auch wieder herstellen. Eine andere Möglichkeit ist, wenn du dann später mal auf diese Tour zugreifst und möchtest dann Punkte herausnehmen, dann aktiviere die Tour, gehe dann hier auf das Löschen-Werkzeug, wähle einen der Punkte aus. Ich nehme diesen, klicke dann darauf, der Punkt wird entfernt, die Route neu berechnet. Auch diese Aktion mache ich jetzt wieder rückgängig, denn ich will dir noch eine weitere Möglichkeit zeigen. Du kannst über Doppelklick auf die Route dir das Infofenster der Route anzeigen lassen und kannst dann hier in der Liste deiner roten Punkte einfach den Punkt auswählen. Welcher das ist, wird er hier auf der Route mit diesem Kreis dargestellt und dann kannst du mit rechts auf den Namen klicken und kannst sagen, löschen. Damit wird dieser Punkt entfernt. Was hier jetzt nicht passiert, ist, dass die Route nicht umgerechnet wird. Das musst du jetzt hier unten über diesen Button nachholen, klicke auf Neu berechnen und Garmin Basecamp rechnet die Route jetzt neu, ohne den entfernten Wegpunkt. Ich schließe das, mache das wieder rückgängig, muss dazu zwei Schritte gehen. Eine Möglichkeit, alle gesetzten Wegpunkte zu entfernen, kannst du hier oder beziehungsweise Routenpunkte mit Rechtsklick auf die Route und dann hast du hier unten eine Möglichkeit, alle Routenpunkte zu entfernen. Fassen wir noch einmal das Gelernte dieses Kapitels zusammen. Du kannst Aktionen rückgängig machen, du kannst einzelne Punkte löschen, du kannst alle Punkte zusammen löschen. Löscht du innerhalb einer Liste, musst du die Route danach neu berechnen. Bist du mit deinem Routenpunkt nicht zufrieden, kannst du ihn auch verschieben. Falls du die Zoomstufe zu klein hast und der Punkt ist dir auf einen anderen Weg gerutscht oder du möchtest einen Weg in der Nähe zum Routing nutzen, kannst du den Routenpunkt einfach verschieben. Aktiviere dazu das Werkzeug Punkt verschieben. Alternativ drücke dazu die Alt-Taste auf deiner Tastatur, klicke und halte den gewünschten Routenpunkt, den du verschieben möchtest und schiebe den dann an den Ort deiner Wahl. Du siehst wieder, welchen Bereich du hier gerade verschiebst an diesen Linien, die sich zwischen den beiden nächsten Punkten dann anheften. Führe den Mauszeiger über den gewünschten Ort, wo du den neuen Routenpunkt setzen willst bzw. wohin du den alten verschieben möchtest. Lasse los und Garmin Basecamp berechnet die Route neu. Wenn du mit dem Ergebnis nicht zufrieden bist, kannst du wieder auf rückgängig klicken oder du fügst weitere Routenpunkte hinzu, um den Verlauf an deine Wünsche anzupassen. Bedenke dabei, nicht jeder Weg kann mit dem ausgewählten Profil genutzt werden. Passe dazu entweder die Präferenzen des Profils an oder wähle einen anderen Weg. Vergesse dabei nie die geltenden Verkehrsregeln. Fassen wir noch einmal das Gelernte dieses Kapitels zusammen. Mit dem Verschieben-Werkzeug kannst du bei gedrückter linker Maustaste einen Routenpunkt verschieben. Alternativ kannst du dazu die Alt-Taste deiner Tastatur und die linke Maustaste verwenden. Um dir die Änderungen an der Route zu verdeutlichen, klicke auf den Ordner in der Bibliothek, in dem deine beiden Routen, die ursprüngliche und die nun editierte Route liegen. Das ist in meinem Fall hier der Ordner Demo Tutorials. Du kannst dir jetzt einen Überblick verschaffen, mit wie wenig Klicks du deine Route verändern konntest. Denn deshalb haben wir die zu Anfang verschieden eingefärbt. Die schwarze ist die alte Route, die wir nur von Punkt A nach Punkt B berechnet haben und die blaue ist die neue Route, zu der wir drei weitere Routenpunkte hinzugefügt haben. Um die Route zu nutzen, kannst du sie jetzt als Datei exportieren oder direkt wieder an dein angeschlossenes Garmin-Gerät senden. Weitere Hilfen zu Garmin-Produkten findest du oben rechts. Die ganze Welt von Komoot stelle ich dir in der Playlist unten rechts vor. Ich freue mich auf deine Fragen und Kritiken genauso wie über einen Daumen hoch für dieses Video. Ich bin Thomas, bleib gesund, bis zum nächsten Mal.